Hallo Leute! Herzlich Willkommen zu einem neuen Reaktion Video auf dem Kanal Akazincrelible und El Hikaru! Genau! Zusammen gucken wir uns die thailändische Göttin an. Und zwar geht es um Krate Ersia. Ihre Musikvideos oder sie selbst beeindrucken uns sehr. Sie kann sehr gut tanzen. Ihre Tanzeinlagen sind ja Hammer. Sie ist echt krass und sie hat ein neues Musikvideo herausgebracht und dazu wollen wir eine Reaktion drehen zusammen. Und ja, das Lied heißt, make it rain money. Wie Lisa Money vielleicht so. Genau, mal gucken, wie das Lied ist. Ich bin sehr gespannt. Hab pro Erwartungen. Ich habe Teaser gesehen, dass sie echt krass tanzen. Das wird ein sehr, sehr wilder Witz, sehr, sehr wild. Fangen wir mal an mit Ersian Kratei. Oh, ein Lamborghini. Ich weine schon, Adam. Oh, schmeckt sie. Dann auch synchron. Wie hübsch sie aussieht, man. Die ist echt...beautiful. Oh, Alter. Oh, mein Gott. Dieser Beat. Oha. Oh, du bist cool. Oh, mein Gott. Oh, du kannst gerne mein Boss sein. Kein Problem damit. Oh, oh. Hast du ihre Zähne gesehen? Ja. Oh, ja. Oh, oh. Nice ein Outfit. Nur noch fliegender Geldstück. Dieses Outfit passt perfekt. Oh. Das war nice, ne? Alter, das war richtig nice. Vor allem so der Übergang von... Oh, das war irgendwie so. Ich weiß einfach, die Karnaik. Wie sieht das aus. Oh, das war also. Das war. Ja. Oh, jäuui. Oh, das war richtig. Oh, ich weiß. Oh, ma. Wow. Ich weiß. hey 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 baby make you rain hey 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 nice der Junge ja also hier ist sehr viel Geld im Spiel sehr viel bling bling das kam sehr sehr unerwartet das war sehr sehr unerwartet aber so ein Outfit so als wir es nur mit Schein gemacht worden sind Das habe ich auch noch nie gesehen. Amazing. Oh mein Gott. Ich bin gerade richtig geflasht. Das ist ja auch ein perfektes Bikini. Mein Gott. Wie krass kann man sein. Die Slate hier. Und die Slate einfach alle. Alle hier. 1, 2, 3, 4. Alles in so perfekten Takt. Ja. Oh, yeah. You are the tomato. Nice. Alter. Oh mein Gott. Der Beat ist auch richtig geil. Da hast du direkt gute Laune. Blümter. Gätsch. Tor. Dähen. Dähen. O. dass Slaty hier nochmal gegenwänden wird. Sehr, sehr wild. Oh, ich kann nicht mehr. It's too much, it's too viel. Das sieht auch nice aus. Make it rain. Take my money. That ass. Die ist schon heiß. Die hat schon einen richtig geilen Body. Die ist auch Kickboxerin. Die war erste Kickboxerin. Danach wurde sie als Sängerin entdeckt. Und sie kann richtig gut tanzen. So ein Gesamtpaket. Also man will sowas als Freundin haben. Weil die kann dich beschützen. Und Geld verdienen. Da musst du gar nichts machen. Das ist deine Sugar-Mummy. Nice. Auf jeden Fall geben wir Like. Ich würde gerne tausende Likes geben. Aber kann ich leider nicht. Aber ihr könnt das tun. Geht rüber zu dem Video und liked das. Und ja, ist richtig nice. Kommt auf jeden Fall in meine Playlist. Schreibt gerne eure Meinung zu dem Video in die Kommentare. Würde mich sehr interessieren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vergiss nicht ein Abo da zu lassen. Viel mehr T-Pop Reaction Videos. Und sage einfach Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy. Und bis zum nächsten Video. Bye, bye. Bye, bye.